Hallo ihr Lieben, in diesem Video zeige ich euch einen guten schnellen Flieger, wie man den aus Papier faltet und wenn ihr wissen wollt, wie das geht, dann bleibt doch einfach dran. Für den Flieger benötigt ihr ein Blatt, DIN A4 und das faltet ihr einfach von unten nach oben. Klappt es auf und legt dann die Seiten an die Mittellinie, sodass ihr eine Spitze habt. Und an diesen Ecken wird das Ganze jetzt einmal hochgeklappt. Für den Flieger wird umgedreht und dann legt ihr wieder die Seiten zur Mittellinie. So, die Spitze von dem Flieger wird hier in die Mitte gelegt. Dann wird der Flieger zusammengeklappt. Und für die Tragflächen haltet ihr einfach wieder ein Stück zurück, sodass ihr noch so einen Daumenbreit habt zum Anfassen. So, und am Ende der Tragflächen hier an den Seiten haltet ihr jetzt wieder ein Stück hoch. So sieht der Flieger aus und ich wünsche euch viel Spaß dabei. Bis dann! 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 Untertitelung des ZDF, 2020